Auch in diesem Jahr möchte ich dich recht herzlich zu meinem digitalen Adventskalender einladen. Jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember öffnen wir beide gemeinsam um 9 Uhr morgens ein Türchen. Du kannst es natürlich auch später dir anschauen und es später das Türchen aufmachen. Aber es kommt jeden Tag ein Video hier auf YouTube online. Und nicht nur das Video mit ganz viel Mehrwert, mit ganz viel Tutorials, mit ganz viel Tipps und Tricks, sondern das Ganze ist auch immer begleitend durch einen Download. Das heißt, Aktionen, Looks, Presets, Vorlagen, Pinselspitzen, Overlays und so weiter und so weiter. Alles das werde ich als kleines Geschenk hinter jedem Türchen irgendwo mit dazugeben. Und wie kommst du an diese Downloads ran? Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link. Da klickst du einfach mal drauf, dann kommst du auf eine Webseite, wo dir alles nochmal erklärt wird zu dem Adventskalender. Und dort trägst du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse ein. Denn um 9 Uhr morgens kommt immer ein YouTube-Video online als kleines Türchen mit einem Mehrwert. Und per E-Mail versende ich dir dann immer noch den Download direkt mit dazu. Das heißt, per E-Mail kriegst du das kleine Geschenk von mir und nicht nur von mir, sondern auch von unseren Partnern. Denn wir haben richtig coole Partner dieses Jahr mit dabei, die alle darauf ausgelegt sind, euch etwas Gutes zu tun. Also mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde auch nochmal kurz vor Start des Adventskalenders nochmal ein Video veröffentlichen, wo ich nochmal ein bisschen mehr über die Partner erzähle. Vor allem, wenn es dann auch am Ende um das große Gewinnspiel geht. Das heißt, in jedem Video werden wir Weihnachtsmänner einblenden. Die kannst du zählen und dann in die Kommentare schreiben, so viel wie du gezählt hast. Und dadurch nimmst du auch automatisch an dem Gewinnspiel teil. Also außer du sagst am Ende, ich will nicht. Aber wenn du die Weihnachtsmänner zählst und unten in die Kommentare schreibst, dann nimmst du auch gerne an dem Gewinnspiel teil. Und hast die Möglichkeit, richtig tolle Preise dieses Jahr zu gewinnen. Und das finde ich richtig toll. Vielen Dank an alle Partner an dieser Stelle, weil ich finde das großartig, wie ihr das Ganze mit supportet, damit ihr als Community, als Konsumenten auch wirklich einen Mehrwert davon habt. Ja, also für all diejenigen, die keine Schokolade mögen, unbedingt eintragen. Für all diejenigen, die Schokolade mögen, Schokolade genießen und trotzdem eintragen und mit dabei sein. Es wird eine coole Zeit. Es sind wieder richtig tolle Sachen mit dabei. Und da freue ich mich auf jeden Fall richtig, richtig doll, wenn du mit dabei bist. Teile das Ganze gerne, dass auch ganz viele davon mitbekommen. Denn ich gebe mir ganz, ganz viel Mühe, meine Partner natürlich auch, damit wir euch was Tolles auf die Beine stellen können. Und das wäre schön, wenn das einfach so viele wie möglich auch sehen würden. Damit würdest du nicht nur mich unterstützen, sondern auch das ganze Projekt. Und das würde mir auf jeden Fall zeigen, dass es auch vielleicht im nächsten Jahr wieder eine Option ist. Okay, also gerne teilen, gerne das Video hier auch abonnieren, unten in die Kommentare schreiben, ob du dich dafür anmeldest, ob du Lust darauf hast. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf den 1. Dezember, beziehungsweise ich werde einen Tag vorher nochmal ein Video veröffentlichen mit Jetzt geht's los, was gibt es zu beachten, wie funktioniert das Ganze. Also, trag dich gerne ein, unten in der Videobeschreibung, einmal darauf drücken und dann freue ich mich, wenn du auch dieses Jahr beim Adventskalender wieder mit dabei bist. Ganz liebe Grüße.